Moinsen und Willkommen zu einer weiteren Folge Hallo Julio der Pro Mit dabei ist der Ben, ich hoffe ihr diesmal hört an mich Und ich würde sagen Und Anfangen Wie auch in der letzten Julio Der Pro Runde Hört Paul mich Hört ihr hoffentlich mich Aber ich nicht Paul Das ist doof Fang an Wir starren jetzt Wenn Paul sagt welches Decke ich nehmen soll Okay Los gehts Äh Da Stein Oh Armer Ben Kalima Ah du fängst an Ups Chris Was kann der denn Gale Joa Oh Gut ne Oh nein der Schwarzflüge Rüstungsmeister Ja Und jetzt noch Kampfweizer Du bist da Du bist da Äh Aha Gut ne Okay Ich mache das Und dann kommt Der Ja Aha In die andere Situation Nice Dann kommt der hier Und Dann kannst du nichts mehr machen Ähm Ähm Hat auch der da Drei Entfänger Boah Ne Warum nicht Warum nicht Drei Seid ihr fei Scheiße Er merkt das gerade Scheiße Das ist gut Das ist natürlich schlecht Weil die sind alle langes Die haben die wie eine neue Artikel Fuck Ja gut Kann passieren Wenn du das Deck zum ersten Mal spielst Ja Kann passieren Oh den Bennett auch Den Bennett auch Gut ne Genau so Haha Fuck you Stürme in die Spiegelkraft Okay Ähm Ich hab komplett verkackt was Ich mieser Ah Ah Crap Crap Ja Ähm Ähm Ich kann rein gar nichts machen Ich kann mich zwar direkt angreifen mit Fast keinem Schaden Super Aber fuck Ich muss im nächsten Spielzug ein Schwarz-Fügel-Monster normal beschwören können Ähm Ja Ja Mach auf Carlo Krass Mehr Schaden Ja Mir ist ihr wohl bewusst dass sie kein ATK haben Aber du dauernst länger Paul ist genervt Ja ich bin jetzt schon genervt Ein Elefant Ein Elefant Ähm 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 Das ist sehr nett Ähm Denn jetzt Ähm Greifst du mich mit deinen Spielmarken an mein Elefant Ähm Ähm Spezialbeschwörig Das Ding da Und dann kommt Eine Synchrobeschwörung Ähm Ja Kannst du ja Kannst du ja Und dein Frierschwöste Zum Schwabisch Hm Ja Wenn ich bitte Also wirklich viel Wenn ich keine Karte Wenn ich keine Karte Wenn ich keine Karte Wenn ich keine Karte Ähm Hm Hm Ach keine Ahnung Der da Du Und du Geht weg Für Den Schwarzflügelzähmer Obsidian Falken Joe Und dann kommt anscheinend Mein Steam the Cloak Wieder her Ja genau Dann als nächstes kommt Ganz der Mantel Leo der Keeper of the Sacred Tree Wie denn? Mit den beiden Achso Was kann der überhaupt? Stimmt Den kenne ich Oh Ähm Kurz den Namen aufschreiben Dann kommt der hier Dann kommt als nächstes Da Leo Der Glasflügel Synchro Drache Der Unser dober Token wieder Super Der Token aber gar nicht Wir werden gar nicht wiederholen Fuck Egal Nein Ähm Ich hab's mir jetzt auf ne Julio gerade geschrieben Ich hatte nichts anderes Ich hab keine Ahnung Der ist anscheinend nur beatzig Stirb 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 Hilfe Außerdem bin ich nicht ganz dumm Ha Du willst rennen Faktor hast du noch 100 Leben Ich will ja nichts sagen Aber ich werde dich umbringen Ohne dich anzugreifen Glaube ich Shura die blaue Flamme Pfff Digi Der hat er sich selbst umgebracht Hahaha Ja ok Auch in Ordnung Super Zweites Duell dann wahrscheinlich mit Nordic Nordisch Ja nein Ja cool Wenn reit richtig Dann erstell ich doch mal hier eins Mit dem Passwort A Legendäres Passwort Und Das Ja Dann erstell ich das Dann ist das da So Tadaa Stein Ben macht jedes mal Stein Ok fängt an Als erstes Er Er Spiel mit Blackwing wieder Ich hab mir gedacht ich Spiel mit Nordisch Mhm Ok Da ist gar kein Entfänger dabei Paul Was machst du denn jetzt? Oh ich siehs Overlay Auf Raidropter Falsstrix Ja der ist ganz gut Aber auch seh den nicht in Angriff gelegt Legs die Dinger immer in Angriff Rubel ist dran Na sehen Ich bin in Ahnung wie das da funktioniert Ich glaub das da sitzt sich Das da Da Nö 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 Stufe 4 Und dann hab ich Dann hab ich ja eigentlich gleich schon Ja Ja Jo Ich will ja nichts sagen Es war so klar Er ist voll auf meine Falle reingefallen Es war so klar Er ist voll auf meine Falle reingefallen Äh Äh Ja Dann mach ich nichts mehr Ha Was machst du jetzt? Ich hab null Monster auf dem Feld Ich will aber sagen ich tappe in deine Falle Mh 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 Ja Eigentlich hab ich keine Lust drauf Ja Eigentlich hab ich keine Lust drauf So Was ist das? Hm Ahem Hm 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 Nee nee ist ok Nee ich hab ein bisschen Schaden Oh Oh Okay Denn jetzt Setz ich erst diese Karte Ui Dann kommt Poff Desires Ach fick dich doch Ja dann kommt hier Rageki Das sagst du jedes Mal Das funktioniert nicht Du musst jetzt noch 13 Runden spielen Das dauert nicht so lange Natürlich wo ist denn das? Ähm Rp Rageki ey Hm Wenn dann meinst du das Kunde ist Ich hab nur noch Okay Ich hab nur noch Okay Rageki Das ist diese Karte nicht verboten ist Ich hab kein Schokostückchen mehr ne? Hm Das hat gar nicht funktioniert Ich glaub ich hab's falsch gelesen Das Deck ist scheiße Paul Was machst du? Ja Ja Das Deck ist ok Aber Wie du in jedem Deck Wo du das richtigen spielst Die Karte ist nicht so gut Da gibt's bessere Und jetzt möchte ich zwei nach Was ist aber weg jetzt? Ach man das ist Ich kann ja nicht mal mit dem Ding auf den Ohhhhh 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 Du ziehst jetzt einfach kein Monster mehr Dann bist du tot Ah mal kleiner Fratz du Kleiner Fratz ey Soviel zu deinem Plan denn Scheiße Scheiße Nein Er bringt uns beide um Und holt sich dann selbst wieder Aber da hab ich ja Bock drauf Okay Es hätte dir sonst weniger Schaden gemacht Aber Scheiß drauf So Okay Soviel der die Karte zieht Ich hoffe das ist sowas wie Verlötsisch Mit dem Solomond Strieke Aber So ziemlich schon Solomond Strieke Mit dem einen einzigen Ding nicht Äh Nee das will ich doch jetzt gar nicht Zurück Ach man Nein Und jetzt musst du den wieder An dem du den da weg packst Der hat doch viel mehr als ich kann Bist du so dummlos gedacht du könntest ihn normal wiederholen Aber Also wenn du einmal auf den Fakt zurückst kannst du nicht mehr zurück Das war auch mein Problem Okay ich mache das Oh Mann Oh wie schlecht kann man sein Zerstöre ich den weil zwei Ich darfst nicht zwei Monster haben Hä Hast du mich Äh Ähm Könnt ihr einmal wo du Was Ach ja da ist der Der rum Ich hab nicht Ich hab nicht Ich hab nicht richtig drauf geguckt Oh Du Riese So Oh Gott Was hat Mr. Paul gezogen Sollte es ein Nichtempfänger Schwarzflügel so zu sein Anscheinend nicht Anscheinend ist es auch nicht stärker als mein Tankrissnir Nordisches Ungeheuer Ja Hm 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 Armes Ben Greif mein Monster an Es wird genau gar nichts passieren Ja Okay Mach du mir nur weiter Nein War das schon in Ordnung? Schuss Schuss Hast du die sind? Hast du die sind? Sound gehört? Ja Schallig Ups das wollte ich nicht Hm Ne das mach ich nicht Ich hab nur gesagt die Karte ist gut Äh Mieser Klachtritt Frügel Mieh Okay Kann ich nicht sagen Nein Das ist ein Empfänger Das tun sie dir gar nicht Oh Ja, fuck. Hast du keine zwei andere Nordischmonster? Gut. Du bist dran. Tja, neu, nicht Blizzard the Far North. Ich hab doch gar keine Feind gehabt mehr. Jetzt kommt... Schon wieder der gleiche. Oh nein, jetzt kommt's schon. Flacker wegen Steam mit Cloak einfach wieder. Der Tyran rohnt! Ach, der erste Domainer! Was das Problem mit dem Deck ist? Ach, du spielst einfach über dich dein Deck, das du normal hast. Die Karte ist nicht besonders gut. So, lebe die. Ich will nochmal... Ach ja, wir... Letztes Mal... Weiß nicht, was da war. Du musst... Wenn Zeit der Karte kannst du Karten... Du musst einfach auf Board vollständig drücken. Gleich. Da oben. Hab ich! Okay, du kommst einmal raus. Du kommst rein. Ja. Der Tyran rohnt dran. Also, der Welt ist einfach so gut. Ben hat eine Abneitung gegen den. Du kommst auch noch raus. Ich fange an. Oje. Fuck, der Anfang mit dem Deck war gar nicht schlau. Ähm. Oh Gott. Naja. Äh, Bohra. Bohra, Bohra. Äh... Erster Spielzug Synchro-Beschwörung. Perfekt. Okay. Fuck. Ich bin gespannt. Hab ich ein Level... Nee, hast du nicht. Ihr seid 10. Dann kann ich doch eigentlich... Ich... Du kannst es auch sein lassen, ne? Ah, fuck. Aber ich kann... Hab ich... Hab ich... Oh... Oh... Pfff... Äh... Ja? So... Du bist dran. Komm, holst du mit dem Strike raus. Ich will's sehen. Nee, nee, nee. Hä? 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 Der hat gar keine... Hä? Okay, Ben? Oh Gottchen. Doch. Doch. Der hat den guten Effekt. Jaaaa... Ich hab vielleicht vergessen, dass ich damit bei Monster-Effekt verschleiern kann. Sehr gut. Junge, was ist das denn für eine Lackerhand? Ah... Ich hab Drowing's Dreiecke. Die geht halt minus eins. Die ist okay, aber nicht gut. Ha ha ha! Das war mein Plan! So der! Super toll! Hm. Oh ja. Hm. Wo ist jetzt meine Karte? Ich habe ja gerade ein richtiges Karte gemacht. Ich habe ja gerade ein richtiges Karte gemacht. Keine Monster kontrolliert. Das ist ja für eine Scheißkarte. Vor allen Dingen, die Schwarzfügel geht ja eigentlich auf die drei Götter ohne ein Tor und... Ja, ich schwöre! Geh da! Wen weiß ich, aber er hat noch gar keinen beschworen. Weil die haben alle sehr viele Sterne. Jetzt muss ich was austesten. Das funktioniert... Töte dich halt! Was hast du mich nicht austesten lassen? Auch in Ordnung. Du bist dran! Oh Gott! Knacker! Knacker! Der zunehmende Mond! Genau! Und wen will ich auf meiner Hand haben? Der nervt... Also der nervt eigentlich immer auf der Hand. Deshalb nehme ich ihn. Aber nächstes Duell darf ich ja wahrscheinlich mit dem Synchron-Klang spielen. Und dann bist du tot. Ja, bin ich. Weil... Das war nicht schlau. Das ist... Warum lässt du denn... Schwarzflügel? Und... Nordisch? Nordisch ist ja aber komplett kacke. Gegen Synchron spielt. Aber ein Match erstmal noch mit dem... Kack... Oh nee... Stimmt. Das war nicht...